Gerhard Illard war das männliche Pseudonym für die österreichische Schriftstellerin Gertrud Schmirger. Sie verfasste zahlreiche historische Romane und Reisebeschreibungen. Zentralgestalten ihrer Romane waren unter anderem Papst Silvester II., Attila, Mohammed Paulus aus Tarsus, Karl V., Michelangelo, Wallenstein und Richelieu. Leben Gertrud Schmirger war das einzige Kind des Wolfsberger Primararztes Camilo Schmirger und seiner Frau Gabrielle. Sie wurde am 26. Jänner 1900 geboren und besuchte keine öffentliche Volksschule, sondern lernte zu Hause lesen und schreiben. Ihre rege Fantasie erfand schon früh kleine Geschichten. Etwas älter geworden, nahm sie Privatstunden im Benediktinerstift St. Paul. Die Zeit im dortigen Konvik prägte das Mädchen nachhaltig, die Kontakte zu den Mönchen sollten nie mehr abreißen. Nach der mit Auszeichnung bestandenen Matura betrieb sie Hochschulstudien in Wien und Graz, die in erster Linie aber nur der Erweiterung ihres Allgemeinwissens dienten. 1922 verlor Gertrud Gabriela Schmirger ihren Vater, sie und ihre Mutter mussten ihren Lebensstil ändern und sich nach einem Einkommen umsehen. Sie gingen daran, ein Obstgut zu bewirtschaften und eine Baumschule einzurichten. Da den Winter über die Arbeit ruhte, unternahmen Witwe und Tochter in der kalten Jahreszeit Reisen ins Ausland. War damit zunächst nur eine angenehme Freizeitgestaltung verbunden, geschah es später eigentlich nur des Quellen- und Milieustudiums wegen. Da ihr Texte in Latein, Italienisch, Französisch und Englisch keine Schwierigkeiten bereiteten, konnte sie sich mühelos in Akten und Literatur vertiefen. Die literarische Tätigkeit setzte in den frühen 30er Jahren ein und war so ergiebig, dass ein umfangreicher Roman auf den anderen folgte. 1933 wandte sie sich mit ihrem Erstling an den Speidel Verlag, der bereit war, die epische Dichtung der Kärntnerin ins Buchprogramm aufzunehmen. Aber den Wunsch nach einem männlichen Autorennamen äußerte, die Autorin wählte den Namen Gerhard Illert. Dieser entstand durch die Zusammensetzung der Namen von zwei Menschen, die ihr besonders nahe standen, durch den ihrer Mutter Gabriel und den des St. Pauler Paters Engelbert Olbert. Der Roman hatte den Titel Der Zauberer und behandelte das Leben und Wirken von Gerhard von Aurillac, der einer der größten Gelehrten gegen Ende des ersten Jahrtausends war und als Papst 999 den Namen Silvester I. annahm. Wegen seines ungemein großen Wissens stand er im Ruf eines Zauberers. In der Folge erschienen in regelmäßigen Abständen 17 ähnliche Romane. Der große, schöpferische Mensch ist es vor allem, der den Dichter fesselt, und schicksalhaft scheinen Berufung und Größe mit Tragik verbunden. Einsamkeit, Verzicht und Opfer erleben Ellerts Helden, seien es weltliche Herrscher oder Kirchenfürsten, Volksführer oder Religionsstifter, Staatsmänner oder Künstler. In der zweiten Hälfte der 50er Jahre wandte sich die Schriftstellerin dem jugendlichen Leser zu und schrieb eigens für ihn mehrere Bücher. Das blaue Pferd von 1958 enthielt Erzählungen, mit denen dem heranwachsenden Menschen Kunstwerke nahegebracht wurden. 1959 folgten unter dem Titel Auf entlosen Straßen in 17 Bildern Episoden aus der Kulturgeschichte der Menschheit. Für dieses Buch wurde sie mit dem österreichischen Staatspreis für Jugendliteratur ausgezeichnet. 1960 erhielt sie den Ehrenring der Heimatstadt Wolfsberg und 1966 wurde ihr der Titel Professor verliehen. Alle Bücher von Gerhard Ellert alias Gertrud Schmirger wurden von österreichischen Verlegern betreut. Die großen Romane erschienen bei Speidel in Wien und die Jugendbücher beim österreichischen Bundesverlag in Wien. Zugang zu den historischen Persönlichkeiten, über die sie schrieb, fand sie durch ihre zahlreichen Reisen in nahezu alle Länder Europas und Nordafrikas, in den Nahen und Mittleren Osten, in die USA. Nach Mexiko und Mittelamerika, die Autorin stellte einmal fest, nicht ich selbst wähle den Stoff für meine Bücher, sondern der Stoff erfasst mich. Am 7. Mai 1975 starb die Schriftstellerin. In einem Nachruf hieß es, es gibt nur wenige Schriftsteller mit solch tiefem Empfinden. So beseht vom menschlichen Reichtum der geschichtlichen Welt und all den geheimnisvollen Kräften in vergangenen Jahrhunderten wie Gerhard Ellert. In all seinen Werken, in den Schicksalen der handelnden Personen tritt die starke Persönlichkeit, die ausgeprägte Eigenart eines Menschen hervor. Der von der unerschöpflichen Mannigfaltigkeit des Lebens weiß. Gertrud Schmirger liegt am Wolfsberger Stadtfriedhof begraben. Ihren Nachlass hütet das Benediktinerstift St. Paul, dem sie sich bis zuletzt verbunden fühlte. 1985 wurden eigene Museumsräume eingerichtet, die Gertrud Schmirger gewidmet sind. Auszeichnungen 1959 Österreichischer Staatspreis für Kinder- und Jugendliteratur Werke Prosa der Zauberer Roman F. Speidelsche Verlagsbuchhandlung Wien und Leipzig 1933 Neuausgabe Carintier Klagenfurt 1981 ISBN 3-85378-1853 Attila Roman Speidelfin 1934 Neuauflage 1950 und öfter Karl der Fünfte Roman Speidelfin 1935 Neuausgabe Verlag Das Berglandbuch Salzburg 1980 ISBN 3-7023-01-291 Der König Erzählung Speidelfin 1936 Wallenstein Roman Speidelfin 1937 Neuausgabe Neuausgabe Krimayer und M. Scheriau Wien 1968 Mohammed Roman Scheuermann Wien 1938 Neuausgabe unter dem Titel Mohammed Halbmond und Schwert Der Gründer des Islam Lübe Verlag Bergisch Gladbach 1979 ISBN 3-404-01-3-301 Nach der Sühne Roman F. Speidelsche Verlags Buchhandlung Wien und Leipzig 1940 Michelangelo Roman Speidelfin 1942 Neuausgabe Bastai Lübe Bergisch Gladbach 1980 ISBN 3-404-610512 Die Johanniter Es begann in Jerusalem Roman Speidelfin 1947 Neuausgabe Universitas Verlag München 1989 ISBN 3-8004-1385x Richelieu Roman Speidelfin 1948 Paulus aus Tarsons Roman Speidelfin Speidelfin 1951 Ich, Judith, bekenne Roman Speidelfin 1952 Das Tor ist nie verschlossen Das Schicksal des St. Berner Passes Speidelfin 1954 Mauern um Rom Mauern um Rom Speidelfin 1955 Neuauflage Verlag Das Berglandbuch Salzburg 1980 ISBN 3-7023-01305 Der Goldschatz Österreichischer Bundesverlag Fien 1956 Neuausgabe unter dem Titel Der Goldschatz im Römerlager Vierter Auflage Österreichischer Bundesverlag Fien 1967 Jakob oder Kamp Ein Frauenroman aus der Hansezeit Bertelsmann Gütersloh 1958 Das Blaue Pferd Erzählungen zu Kunstwerken Österreichischer Bundesverlag Fien 1958 Alexander der Große Historischer Roman Hochverlag Düsseldorf 1959 Gregor der Große Nef Wien 1961 Die Katze der Herzogin Erzählung aus der Babenberger Zeit Österreichischer Bundesverlag Fien 1961 Lizenzausgabe Tienemann Stuttgart 1964 Machmut II Sohn der Französin Roman Nef Wien 1963 Der Blinde Löwe von San Marco Roman Speidel Fien 1966 Herzog Tasselos Trosbub Österreichischer Bundesverlag Fien 1967 Kolumban der Ehre Roman Verlag Nef Wien 1968 Lösegeld für Dorothy Überreuther Fien 1971 Bühnenwerke Der Doge Foskai Schauspiel In sechs Akten Speidel Fien 1936 Es war ihr Wunsch Majestät Komödie In sechs Bildern Speidel Fien 1946 Peter D. Wiener Schauspiel In drei Akten Bühnenverlag Arn und M. Simrock Berlin 1947 Sachbücher Kreuzritter Der Heldenkampf des Malteser Ordens Junge Welt Obladen 1953 Neuauflage Herder Freiburg 1955 Auf entlosen Straßen Abenteuer der Menschheit Österreichischer Bundesverlag Fien 1958 Propheten Könige und Kalifen Alter Orient Neugeschaut Österreichischer Bundesverlag Fien 1960 Das Abenteuer des Forschens Weg und Schicksal Europas in seinen hohen Schulen Österreichischer Bundesverlag Fien 1963 Die Schweigenden Jahrhunderte Das Urchristentum im Zwielicht der Geschichte Verlag Neff Wien 1965 Alexander der Große und sein Weltreich Überreuter Fien 1968 Europas verlorene Küste Nordafrika im Bild der Geschichte Kremeier und M. Scheri Auf Wien 1970 Rückwebt sich Ephes Marien 19 Kat